Ich esse voll gern Schokolade. Mein Papa kaufte mir im Supermarkt um die Ecke. Aber da war sie ja nicht immer. Hinter ihr liegt ein weiter, weiter Weg. Meine Schokolade ist nämlich ein Mischprodukt. Das nennt man so, weil sie aus verschiedenen Zutaten besteht, die von überall aus der Welt kommen. Die Kakaobohnen kommen zum Beispiel aus der Dominikanischen Republik. Der Zucker kommt aus Paraguay und die Milch kommt aus Deutschland. Im Naturland ist es ganz wichtig, dass alle Leute, die die Schokolade mitgemacht haben, auch gut davon leben können. Deswegen gibt es Naturland Fair. Naturland Fair passt auf, dass alle Bauern genug Geld bekommen, damit es ihnen und ihren Familien gut geht und ihre Kinder zur Schule gehen können und nicht arbeiten müssen. Und auch die Bauern bei uns brauchen faire Preise für ihre Milch, damit sie nicht immer mehr Kühe in ihren Stall stellen müssen. Aber es geht nicht nur um faire Preise. Es geht auch darum, fair miteinander umzugehen und nicht wegzurennen, wenn es mal schwer wird. Weil wir alle zusammenhängen wie in einer langen Kette. Die Bauern, die die Kakaobäume pflanzen und die Bohnen ernten. Der Hersteller, der daraus die Schokolade macht. Der Laden, der die Schokolade verkauft. Und die, die die Schokolade isst. Naturland kümmert sich darum, dass überall in dieser Kette gut mit der Natur umgegangen wird und die Menschen fair behandelt werden. Und das ist gut für uns alle.